Hi, ich freue mich dich hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Norman und ich begleite dich durch die Lektionen im Kurs. Dieser Kurs ist der ideale Einstieg in die Welt der Gitarre. Du lennst von Anfang an die Grundlagen wie die richtige Haltung, die richtige Technik, alles was du brauchst für ein erfolgreiches Spiel, egal mit welcher Gitarre du später spielst oder für welche Musikrichtung du dich entscheidest. Was erwartet dich also im Kurs? Zu jeder der acht Lektionen im Buch gibt es Lehrvideos. Erstens ein Erklärungsvideo. Hier siehst du die Lerninhalte verständlich aufbereitet und einfach erklärt. Wie zum Beispiel die richtige Haltung, die wichtigsten Anschlagtechniken oder Orientierung am Griffbrett. Zweitens Workout Videos. Hier findest du die Musikstücke zum Mitspielen und die Exercises. Das sind deine Aufwärm- und Technikübungen. Drittens die Fehleranalyse mit Schülervideos. Dieser Teil dient deiner Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle. Hier werden anhand von Beispielvideos der Schüler die häufigsten Fehler aufgedeckt, um diese von Beginn an zu vermeiden. Musik 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 Wenn du also schon immer Gitarre lernen wolltest, in deinem eigenen Tempo egal wann und wo du willst, dann ist dieser Kurs genau der richtige für dich. Du lernst wirklich von Anfang an aufbauend und gut strukturiert mit den anderen Schülern die Grundlagen der Gitarre, auf die du später aufbauen kannst. Verliere keine Zeit und starte gleich durch.